Moin. Alles klar, zum Stadion. Bitte. Bitte schön. Thomas, du hast Glück, wir sind nicht irgendein Taxi. Wir sind das Werder Quiztaxi. In welchem Jahr fand die erste Weltmeisterschaft statt? 62. Ist das deine Antwort? Ja. Das ist leider falsch. 1930. Ja, zufrieden? Ja. Jetzt sehst du noch einen so schlägsten Land. Welches Land ist bis heute Rekordweltmeister? Das heißt nicht, oder? Ich hoffe. Brasilien. Richtig. Sehr schön. Dein erster Punkt. Kommen wir zu Frage Nummer 3. Wer ist denn erster Weltmeister? Deutschland. Deutschland? Nein. Uruguay. Uruguay? Uruguay. Welche Mannschaft stand am häufigsten im WM-Finale? Deutschland? Ich sage nur Deutschland oder Brasilien. Und diesmal Deutschland oder Brasilien? Deutschland. Sicher? Ja. Ja? Ein Punkt für dich. Richtig. Gut. Die Deutschen lieben sich selbst. Ich weiß, dass du Fragen hast, wenn ich Deutschland sage. Thomas, Frage Nummer 5. Wer hat die meisten Spiele bei einer Weltmeisterschaft gemacht? Wer hat die meisten Spiele bei einer Weltmeisterschaft gemacht? Sicher. Aber ich... Ähm... Oliver Kahn. Keine schlechte Antwort. Lothar Matthäus. Das wäre aber deine zweite Wahl gewesen, wahrscheinlich. Klar. Frage Nummer 6. Sehst du immer Deutschland? Nein. Jetzt kommt was über Dänemark. Okay. Also jetzt musst du aber auch liefern. Ja. Jetzt bist du quasi Experte. Aber... Mal gucken, ob das stimmt. Wie oft hat Dänemark an einer Weltmeisterschaft teilgenommen? Ich sehe so dumme Auslangen. Fünfmal. Viermal. Viermal. Vier die Antworten? Fünfmal. Vier die Antworten? Vier waren vier. Vier vollkommen richtig. Bitteschön. Wer ist WM-Rekordtorschütze? Klose. Nice. Cool. Weißt du, ich war Deutschland. Immer einer von Deutschland oder Deutschland. Aber kann ich jetzt was dafür, dass kein Däne die meisten Tore geschossen hat? Ich besser. Da kann ich doch nichts dafür. Da musst du halt mehr Tore schießen. Ja. Da musst du ja nur... Wie viele Tore hast du schon bei der WM geschossen? Bei der WM? Ja. Nee, bei der WM. Da musst du ja nur 16 Tore schießen. 17 am besten. Dann ist die Antwort Thomas Delaney. Jetzt kommt wieder eine Expertenfrage für dich. Ja. Wer hat das erste WM-Tor für Dänemark erzielt? Ja. Ich kann dir sogar das Spiel sagen. Ich kann dir sogar das Spiel sagen. Preb Melker. Nein. Ich gebe dir eine zweite Chance. Es war Dänemark gegen Schottland. Und in 86. Ja. Elkir Larsen. Elkir Larsen? Ja. Ich hatte Preb Melker gesagt. Das ist er. Das ist er? Ja. Okay. Nee. Danke dir. Punkt für dich. Wer hat das letzte WM-Tor für Dänemark geschossen? Hier ist bei Gronke. Das ist jetzt wirklich falsch. Jondal Thomasson. Schade. Bei welcher Weltmeisterschaft kam Dänemark bis ins Viertelfinale? 98. In? In wo? Frankreich. Sehr gut. Wie hättest du den Punkt auch so gekriegt? Fünf von? Fünf von. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Hälfte. Das ist okay. Na? Zu welcher WM gehört dieser Song? Oh, Frankreich. 98. 98. Frankreich. 98. 98. Vollkommen richtig. Ein Punkt für Thomas Die Lady. Ich erinnere mich von FIFA. Ja! Gegen welche Mannschaft bestreitet Russland das Eröffnungsspiel der WM in Moskau? Oh, ich habe das gesehen. Das war ein Scheißspiel. Das ist auf jeden Fall richtig. Ägypten. Ägypten. Was heißt das? Ägypten. Das ist ein Scheißer. Ja. Leider falsch. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Wann findet das WM-Finale statt? 4. Juli. 15. 15. Ja. Das war nicht... Wie sagt man... Klötz? Wie viele Stadien gibt es bei der WM in Russland? Äh... 11. 10. 15. 12. Leider falsch. Wer spielte im WM-Finale 2014 den entscheidenden Pass auf Mario Götze, der das Siegtor für Deutschland geschossen hat? Wer hat die Vorlage gegeben? Immer Deutschland, Deutschland, Deutschland. Hey! Das war ein guter Pass, oder? Mhm. Klar, Zune groß. Reus war verletzt, oder? Ja. Du willst es einfach so machen, ohne Joker? Ja. Oder Telefon-Joker? Ohne Telefon. Ich soll ich Judo rufen? Ich weiß es nicht, aber es ist geil. Aber er hat Behandlung. Ach, dann sind aber ganz viele Leute gekommen. Nehmen auf, antwortet er, dann kostet es. Ja. Schöner, Bro. Schöner, Bro. Schöner, okay. Äh... Ja, mit Werder-Zee-Wies. Ich erzähle Tysk nur, okay? Okay. Nur Deutsch, okay? Okay, nur Deutsch. Ich habe eine Frage. Ja, kein Problem. Im 2014? Ja. Wer hat der Assist zum Mario Götze in der Finale gemacht? Ähm... Versteht oder? Schöner, oder? Ja. Ja, kein Problem. Ähm... Ich spiele 100%. Ähm... Das... Ähm... Das ist wahr. Das ist wahr! André Schöner? Das ist wahr. Ja. Das war André Schöner. André Schöner? Ist das eure Antwort? Das ist eure Antwort. Richtig! Lule, du wirst du mitten. Hälsch, oder? Hälsch, oder? Lule! Tschöööö. Hälsch, oder? Tschöööö. Das war alles? Das war alles. Vielen Dank. Okay. Ich find uns später. Bis später. Tschööö. Tschööööö. Überragend. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Länder nehmen 2018 zum ersten Mal bei einer WM teil? Penner. Drei. Leider nur zwei. Island und Panama. Aber das ist nicht so schlecht. Ja, aber es sind ja auch noch vier Fragen. Fünf sogar. Welches Land nahm bei der WM 1950 in Brasilien nicht teil, obwohl sie sich qualifiziert haben? In 50? Ja. So, das Land hat sich qualifiziert, aber sie haben nicht teilgenommen. Man sagt, weil sie mit Schuhen spielen mussten und sie wollten barfuß spielen. Hä? South Africa. Das ist ein Großland. Das ist leider falsch. Indien. Wir haben nochmal Musik. Und zwar ist die Frage, von welchem Land ist das hier die Nationalhymne? Das ist ein bisschen ein bisschen Film aufgel Und zwar ist die Kleine. Und zwar ist das wahrscheinlich üşüngeizement gut. Und zwar ist die Frage, von welchen storeden Inteких aufgelenkt. Aber wir haben blockchain ges繼續 und normal Aber eine gute Antwort gehört in Deutschland. Das ist aber hoffentlich nicht deine Antwort. Nein. Nein. Schweden. Leider auch nicht. Nein, so läuft es nicht. Australien. Es war falsch leider. Spielt ihr gegen Australien? Ja. Aber habe ich gegen Australien gespielt? Anscheinend nicht. Nein. Nein. Aber hast du schon mal Formel 1 geguckt? Ja. Ja. Und wenn Danny Ricciardo gewinnt? Ich gebe es niemals. Nur das letzte Mal. Besser als nie. Ja. Das war eine Scheißfrage. Ehrlich. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Deutschlandbezugsfrage. So schlecht. Welcher aktuelle WM-Spieler hat die meisten WM-Treffer? Von den Aktiven noch. Ganz sicher noch eine von Deutschland. Müller. Richtig. Ja. Wir liebe Deutschland. Wie oft hat sich die USA schon für eine Weltmeisterschaft qualifiziert? Oh, das ist oft, glaube ich. Sechs Mal? Das ist sogar noch mehr. Ja? Ja. Komm, einen Versuch kriegst du noch. Neun. Falsch. Zehn. Ah. Thomas, da sind wir. Das Stadion, unser Ziel. Ja. Wie viele Punkte hast du? Acht. Acht. Bist du zufrieden? Ja, das war okay, glaube ich. Möchtest du mehr Punkte? Ja. Es kommt jetzt nämlich noch die Welt-Master-Frage. Wie viele Punkte möchtest du setzen? Ich muss einlassen für Leute.